Was ihr hier seht, ist eine interaktive globale Karte, die Daten von Satelliten und Sensoren visualisiert. Und hier kann man sehen, wo es die größten Klimasünder gibt in Sachen CO2 und Methanausstoß. Der Ex-Präsident Al Gore hat zusammen mit der Umweltorganisation Climate Trace ein sehr interessantes Projekt gestartet. Und das möchte ich euch jetzt mal kurz vorstellen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Netzkenner. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hinterlasst mir gerne einen Like oder auch Kommentare, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen habt, damit die Algorithmen wissen, dass dieses Thema interessant ist und mehr Menschen dieses Video zu sehen bekommen. Das mal gleich vorweg als Bitte von mir. Heute schauen wir uns eine Art interaktive Karte an, einen interaktiven Globus sogar, den ich so noch nicht gesehen habe. Ex-Präsident Al Gore, der ja schon lange auch Klimaaktivist ist, hat zusammen mit der im vergangenen Jahr gegründeten Klimaorganisation Climate Trace Das ist ein sehr interessantes Projekt vorgestellt, jetzt in Sharm El Sheikh in Ägypten bei der großen Klimakonferenz. Und das ist ein Werkzeug, ein Tool, das uns alle befähigt, mal zu gucken, welche Firmen, welche Konzerne, welche Institutionen stoßen eigentlich besonders viel CO2 und Methan aus. Und die Idee ist dabei, zu überprüfen, ob die Angaben, die diese Konzerne machen, auch tatsächlich stimmen. Dazu wurden ganz, ganz viele satellitengestützte Informationen und Daten und auch Sensordaten, also Daten von Sensorik am Boden, eingesammelt. Und mithilfe von künstlicher Intelligenz werden diese Daten dann zusammengetragen und bewertet. Und man kann sich das dann in dieser Karte angucken. Und das stelle ich euch jetzt mal vor. Ja, das Projekt ist zustande gekommen durch eine Initiative, die Al Gore, der ehemalige Vizepräsident unter Bill Clinton, mittlerweile ja Klimaschützer, auf den Weg gebracht hat. Die Idee ist ziemlich genial, nämlich die vielen, vielen mittlerweile öffentlich zugänglichen Daten, die Satelliten unter anderem liefern. Und zwar jede Menge Satelliten, die erdnah um die Erde kreisen oder auch fest stationiert sind und jede Menge Sensoren an Bord haben. Und zum Beispiel herausfinden können, wo CO2, Methan oder andere Treibhausgase emittiert werden. Und zwar rund um die Uhr, live und auch sehr präzise. Also die Idee, diese Daten, die wie gesagt teilweise öffentlich zugänglich sind, zusammenzutragen, dann zu identifizieren, auch zuzuordnen. Zum Beispiel Firmen, Flughäfen, Schiffen sogar, die sich bewegen, Pipelines und vieles andere mehr, aber auch Agrarflächen. Das hinzubekommen und dann über künstliche Intelligenz das Ganze so auszuwerten, dass man mehr oder weniger eine Art Live-Auswertung bekommt, was gerade auf dem Planeten los ist mit Prognosen, was das bedeutet an CO2-Ausstoß in den nächsten 20 oder sogar 100 Jahren. Genau das macht diese, ich will es mal nennen, Google Maps von Climate Trace, Google Maps für Emissionen sozusagen. Genau das erfüllt diese wunderbare App. Man kann übrigens nicht nur sich das Ganze auch live auf dieser Karte und diesem Globus anschauen und dann die Daten sehr genau auswerten. Man kann die Daten auch, wenn man mehr damit anstellen möchte, herunterladen. Sie sind frei und kostenlos zugänglich in CSV-Dateien, also einem Datenstandard, der heutzutage überall mühelos verarbeitet werden kann. Also es ist eine Form von Aufklärung, eine Aufklärung der Bevölkerung über tatsächlich emittierte Emissionen. Das, was Satelliten und Sensoren überall auf der Welt auffangen und das wird auch noch zugeordnet. Großartige Leistung ist das. Es werden aber auch jede Menge Filter angeboten und Sortierfunktionen für Nutzer, die es ganz genau wissen möchten und die auf der Suche sind nach sehr bestimmten Informationen. Das ist ja jetzt kein Spielzeug. Man soll damit ja ganz gezielt Daten ermitteln können und dann auch zum Beispiel vergleichen können mit den Angaben, die Betreiber von Kraftwerken, von chemischer Industrie, von Agrarflächen, Flughäfen und so weiter machen. Diese Angaben, die diese Betreiber machen, kann man dann vergleichen mit den Angaben, die hier bei Climate Trace angezeigt werden. Das ist schon eine ziemlich praktische und geniale Sache. Man kann suchen nach allen möglichen Kriterien, zum Beispiel nach Ländern, nach Emissionen und Emissionsarten oder auch nach Industrien, danach suchen und auch danach ordnen. Die Darstellung wird dann aus den verfügbaren Informationen über Ausstöße, aber auch über Daten von Sensoren und Satelliten eingespeist, immer wieder aktualisiert und angezeigt. Die Auswertung erfolgt mit Unterstützung durch künstliche Intelligenz. Die Daten, wie erwähnt, die dazu verwendet werden, sind öffentlich bereitgestellt und können von jedem einfach so genutzt werden. Schön auch, dass es jede Menge Erklärungen zur Methodologie gibt. Also wie wird das alles gemacht? Welche Daten werden erhoben und welche Schlüsse werden daraus gezogen? Also ich habe den Eindruck, ein wirklich tolles Projekt, das so bislang ohne Beispiel ist, oder? Verwendet werden beispielsweise Bilder von Satelliten wie Sentinel-2, Landsat 8 und der über 200 Planet-Satelliten, zum Beispiel um Bilder von Kraftwerken zu sammeln, um sie mit den echten Emissionsdaten am Boden dann zu verknüpfen und zu vergleichen auch. Das maschinelle Modell lernt daraus dann, die Leistung eines Kraftwerks anhand bestimmter Attribute der Satellitendaten zu erkennen. Die KI lernt dazu. Die Meeresschutzorganisation Ocean Mind macht auch mit. Die Organisation misst zum Beispiel die Emissionen der Schifffahrt. Man kann also sehen, wie viel Emissionen einzelne Schiffe, zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe, emittieren. Sie stützt sich dabei auf die Daten des automatischen Identifikationssystems AIS. Ein System, das von Schiffen verwendet werden muss, um Daten zu übermitteln. Sie liefert Informationen über Identität der Schiffe, die Geschwindigkeit, Kurs, aktuelle Zeit, die Route und vieles andere mehr. Und damit kann man dann ziemlich genau verfolgen, wie die Schiffe fahren und wo sie sich gerade befinden. Aus den Satellitendaten dann abgeglichen und berechnet werden können. Das ist eine fantastische Leistung. Also mein Eindruck ist, ein sehr, sehr leistungsfähiges Werkzeug, Climate Trace, um die Daten von Industrie und Wirtschaft wirklich mal ernsthaft in Frage stellen zu können. Tolle Idee und da werden wir sicher noch viel von hören. Probiert es mal aus und kommentiert, wie ihr das findet, was ihr vielleicht Spannendes entdeckt habt. Das würde mich interessieren. Ja, wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Diesmal eine kurze Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, liebe Netzneugierige. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017